hallo und herzlich willkommen in meiner küche ja ihr habt es bestimmt mitbekommen ich wollte mich eigentlich verweigern weil so mainstream mag ich eigentlich nicht so aber man kommt ja kaum drumrum überall und in aller munde ist diese dubai schokolade nein die machen wir heute nicht auf gar keinen fall mein problem ist dass ich so oft angesprochen werde und nach tipps gefragt werden so daniela was machst du denn wenn du das machen willst du sagst okay ich will das eigentlich überhaupt nicht machen denn es macht ja irgendwie jeder gefühlt ich weiß gar nicht wo der trend so genau herkommt weil wir waren ja mal in dubai und ich habe diese schokolade dann nicht gekriegt aber abgesehen davon scheint es ja der absolute knaller zu sein aber total viral gegangen und jeder hat schon mal irgendwo gesehen ja aber das problem ist jetzt ganz einfach dass man nirgendwo mehr diese pistaziencreme bekommt beziehungsweise wenn die läden da auf diesen zug aufgesprungen sind das sogar ausstellen mit zutat für diese dubai schokolade und das im prinzip das doppelte und dreifache kostet als es vorher im laden gekostet hat ich persönlich finde pistaziencreme generell sehr lecker auch als aufstrich als nutella ersatz oder ähnliches weil ich mag natürlich auch pistazien sehr gerne und da liegt es natürlich sehr nahe dass wir uns die einfach selber machen denn wir sind ja in der glücklichen lage einen thermomix zu haben und da kann man neben mandelmus oder ähnlichem natürlich auch eine pistaziencreme machen die pistazien lassen sich nicht so ganz gut ölig schlagen wie dem mandelmus beziehungsweise schmecken dann auch nicht ganz so super lecker alleine deswegen könnt ihr um dem ganzen so eine nutella note zu verleihen beziehungsweise eure creme für eure dubai schokolade herzustellen mit einem ganz einfachen rezept selber machen und wie das funktioniert hier sind eure zutaten natürlich pistazien und davon 100 gramm ungesalzen es sei denn ihr mögt den bestimmten effekt dabei 60 gramm zucker ganz normalen weißen zucker dann haben wir 110 gramm milch die müssen wir auf zweimal aufteilen dann brauchen wir noch 40 gramm gute butter 100 gramm also eine tafel weiße schokolade kleiner tipp da nehmt ihr die schokolade die euch tatsächlich am besten schmeckt und dann noch black and white wir starten als erstes kommen die 100 gramm pistazien in euren mixtopf deckel drauf und dann anderthalb minuten auf der stufe 6 zerkleinern so jetzt schauen wir uns das ganze mal an das ist halt ähnlich wie bei dem mandeln muss auch jetzt ist das öl rausgeschlagen worden allerdings ist das bei den pistazien nicht ganz so extrem das heißt ihr habt jetzt hier eine pappige masse sollte bei euch etwas am rand hängen schiebt es gerne runter damit die wertvollen pistazien auch im nächsten schritt mit dabei sind und der nächste schritt ist auch sehr einfach hier kommt nämlich jetzt als nächstes der zucker mit dazu die 60 gramm hinein damit die pistazien masse mit dem zucker wird jetzt noch mal ordentlich verrührt und zwar wieder anderthalb minuten auf der stufe 4 so dann schauen wir uns die masse mal an so sollte das ganze jetzt in eurem topf aussehen also eine krümelige feuchte masse schiebt gerne nach unten normalerweise wird das jetzt umgefüllt weil wir unseren topf brauchen jetzt die abkürzung mit dem zweiten mixtopf das ist natürlich immer gold wert wenn man den hat denn jetzt brauchen wir den sauber da kommt jetzt nämlich unsere butter rein butter haben wir 40 gramm ich habe das jetzt schon mal vorab gewogen könnt ihr natürlich auch in eurem termomix wiegen als nächstes kommt eure schoki also eine tafel die 100 gramm wiegen sollte ab in den thermomix da empfehle ich euch wirklich die weiße zu nehmen und jetzt brauchen wir doch kurz mal die waage weil ich nur die gesamte milch abgewogen habe wir brauchen aber jetzt tatsächlich erst mal nur 50 gramm nachdem diese zutaten jetzt alle im topf sind verschließen wir den thermomix wieder denn wir werden jetzt fünf minuten auf 70 grad und der stufe 1 alles schön schmelzen lassen nachdem die zeit um ist sollte eure schokolade schön geschmolzen sein das ganze ist also jetzt ein richtig schön flüssiger flüssige milch mit butter und schokolade mega und weil es so rum einfacher ist nehmen wir jetzt unseren ersten topf mit dem pistazienmus und kippen dieses gemisch dazu wenn das erledigt ist dann kommt auch noch die restliche milch dazu und noch unsere geheimzutaten und zwar nämlich jedes black in white fantastisch weil da die pure vanille drin ist ihr könnt hier alternativ vanillezucker nehmen braucht er natürlich ein bisschen mehr um diesen fantastischen vanille geschmack zu bekommen oder auch vanille extrakt oder sowas hier das black in white das verlinke ich euch aber auch unter dem video weil ich das wirklich mega 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 toll finde nachdem nun eure restliche zutaten im topf sind muss das ganze noch mal einkochen und zwar 15 minuten 110 grad auf der stufe 2 so die zeit ist vorbei jetzt schauen wir unsere creme mal an wobei sie jetzt noch keine creme ist schaut mal hier so jetzt gieße ich euch das mal hier rein damit ihr sehen könnt die konsistenz das ist jetzt noch relativ flüssig das dick nach wenn es abgekühlt ist also so sieht das ganze jetzt noch warm aus und dann füllt ihr es euch in hübsche gläschen ab da es warm ist wenn ihr rechtzeitig den deckel drauf macht dann zieht sich das auch noch mal zusammen und ist länger haltbar und ihr könnt es selber genießen oder auch eine schöne schleife drum binden und verschenken das war's auch schon also wirklich die längste zeit ist das ganze auskühlen zu lassen und dann habt ihr diese wertvolle pistaziencreme gemacht und je dunkler umso mehr pistazienanteil ist das drin also was ihr kaufen könnt ist oft sehr sehr hell da könnt ihr euch schon an einer hand ausrechnen dass da nicht so viele pistazien drin sind ähm weil so ganz geschält bekommt man ihn nicht und dann hat man diesen dunklen effekt das ist überhaupt nicht schlimm das spricht eher für die qualität so jetzt haben wir hier diese creme wie gesagt ist so nutella ähm konsistenz könnt ihr mega gut aufs brot schmieren könnt ihr eure ähm schokolade mit füllen und einfach genießen köstlich richtig 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 lecker viel spaß beim nachmachen schreibt mir unbedingt in den kommentare ob ihr diese lustige schokolade schon mal gemacht habt wie sie euch schmeckt oder habt ihr euch schon mal gekauft die soll ja 35 euro pro tafel kosten habt ihr schon mal eure pistaziencreme selber gemacht wenn ja habt ihr vielleicht ein anderes leckeres rezept für mich ihr wisst ich freue mich immer wahnsinnig über den austausch mit euch und jetzt wünsche ich euch noch eine wunder wunderbare vorweihnachtszeit und bis demnächst hier oder im echten leben bleibt mir bis dahin auf jeden fall alle schön gesund ciao eure daniela